Audio to go präsentiert Das Buch von der Zukunft Von Andreas Eschbach Es liest Peter Veith Vor Propheten wird gewarnt Ich weiß nicht mehr genau, wann und wo ich das gelesen habe, nur dass es eine Zeitschrift war und ich höchstens acht Jahre alt. Im Jahr 2000, las ich da jedenfalls, würde ich, wie jedermann, mit meinem atomgetriebenen Hubschrauber zur Arbeit fliegen. Ich würde in einem fünf Kilometer hohen Hochhaus leben, einer Arkologie, die man weit draußen im Ozean hoch über den Wellen errichtet hatte. Gleichfalls im Meer schwimmende Farmen sollten neuartige Lebensmittel erzeugen, nicht nur zur Versorgung der auf der Erde lebenden Menschen, sondern auch der die Erde um kreisenden Raumstationen. Es würde die ersten Städte auf dem Mond geben. Wow, dachte ich und rechnete. Das konnte ich alles noch erleben. Mehr noch, im Jahr 2000 würde ich erst 40 Jahre alt sein. Heute, da ich dies erzähle, lebe ich in einem Haus, das ungefähr zu der Zeit erbaut worden ist, als ich besagten Artikel las. Ich kann von meinem Schreibtisch aus auf den Atlantik sehen, aber da sind weder schwimmende Farmen noch fünf Kilometer hohe Wohnhäuser. Heute kann ich nur lachen über diese Zukunftsprognose, die so offensichtlich ausgemachter Blödsinn war. Aber wie kann ich es dann wagen, ein Buch wie dieses zu verfassen? Muss dabei nicht zwangsläufig derselbe Blödsinn herauskommen, nur um 30 Jahre Zeit versetzt? Wie man sich unsterblich blamiert Offenbar ist nämlich das Vorhersagen der Zukunft eine gute Möglichkeit, als Dumpfbacke in die Geschichte einzugehen. So behauptete einst ein gewisser Charles Durrell, alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden. Peinlich. Das war im Jahr 1899. Durrell war Chef des US-Patentamts und meinte es so ernst, dass er sogar vorschlug, man möge seine eigene Behörde auflösen. Im Jahr 1943 äußerte kein geringerer als der damalige Vorstandsvorsitzende der IBM, Thomas Watson, das seither berühmt gewordene Fehlurteil »Es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer«. Eine Vorhersage, mit der er, wie wir heute wissen, um eine Größenordnung von zig Millionen daneben zielte. So falsch, wie man nur irgend liegen kann, lag wenig später Daryl F. Saneck, Chef der 20th Century Fox, der 1946 allen Ernstes meinte, »Das Fernsehen wird sich keine sechs Monate am Markt halten. Die Menschen werden es bald satt haben, Abend für Abend in eine Holzkiste zu starren.« Auch geballtige Leertheit und Skepsis schützen nicht vor Blamage. Anfang des 20. Jahrhunderts prüfte ein junger Mann namens Hermann Obert die Berechnungen in dem von Jules Verne verfassten Roman »Von der Erde zum Mond« nach und fand, dass die zum Entkommen aus der Schwerkraft der Erde nötige Fluchtgeschwindigkeit richtig, die Methode, sie mit einer Kanone zu erreichen, wie Verne es vorgeschlagen hatte, aber undurchführbar war. Er skizzierte stattdessen die langsam beschleunigende Rakete und schrieb eine Doktorarbeit mit dem Titel »Die Rakete zu den Planetenräumen«. Diese wurde 1922 an der Universität Heidelberg als »zu fantastisch« abgelehnt. »Weil Raumfahrt prinzipiell unmöglich ist, muss Obert sich in seinen Berechnungen irren«, hieß es. Doch es waren die Heidelberger Professoren, die irrten. Die Formeln in Oberts Dissertation legten die Grundlage für alle Weltraumfahrt. Und Hermann Obert gilt heute als einer ihrer Pioniere. Umgekehrt auf Kühnheit zu setzen, kann einen genauso daneben treffen lassen. Einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, Arthur C. Clarke, lag in einem 1963 veröffentlichten Sachbuch zwar ganz gut mit der Prognose, es werde um das Jahr 1990 herum »Privaten Sprechfunk für jedermann« geben, heute sagen wir »Mobiltelefon« dazu und um das Jahr 2000 eine allgemein verfügbare Weltbibliothek. Das Internet könnte man mit einigem Recht so bezeichnen. Seine sonstigen Vorhersagen waren aber alle gnadenlos optimistisch. »Mobiltelefon« Vielen Dank.